herzlich willkommen youtube zu einer neuen folge helldivers 2 mit das toni und mit itt hallo wir sind wieder da guten tag guten tag wir starten auch direkt mit terminiden schwarm aufschalten mit der mission so it's correctly ha besetzt so wir warten bis noch ein oder zwei stück join nö beim ausrüsten joint sowieso meist einer schon wort es auf sieben oder auf acht machen wie auf sieben oder auf acht ach du kannst nicht mehr ändern die die ok ok luft kannst du einen schildrucksack bitte mitnehmen ja so nehme ich auch mit streubombe nämlich glaube ich noch mit oder brand ich nehme nabheim mit mörser solltest du mitnehmen ja dann aber anstand der bomben war ja schienkanone unbedingt mitnehmen weil er öfters die ganz großen spawn das ist ja gleich nur zum töten das ist dann natürlich dann wiederum geil hat der laser aber da braucht es lange ich kann besser öfter streubomben schmeißen oder nicht ja mach ich auch aber sonst hier schild mitnehmen ja auf jeden fall ich nehme aber streue ich nehme ja komme ich im leser mit weil nämlich das schild mit ja gut mache ich so halt für mein ding ja noch gar nicht nehm ich noch einer gejoint ich weiß nicht eigentlich nicht siehst du er nimmt nämlich das herz mit ja vielleicht hätte sonst auch die munition den genutzt genommen wer weiß du ich kann dir das nicht sagen ich auch am besten jetzt gleich oben oder in der mitte positionieren und direkt zu Beginn holen wird das schon mal anfängt zu ballern sobald ich bekomme also oben geht nicht ne da muss hier in die mitte äääh 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 ich tue Team 8 oh mein geschützt ist schon im Arsch mein geschützt ist schon im Arsch du bist tot? ja weil er durchgerannt ist ja Team 8 hab mich gekillt Anfrage bestätigt Unterstarkung wurde losgeschickt der Bissl Orbital Schlag oh shit oh no alter spritz dich alter 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 kann man das geschützt schon wieder nehmen ich geh mal auf proben suche ne ja ja mach du mal wir haben ja grad nichts zu tun heil dich heil dich wo bist du gestorben schmeiß dich in die mitte ja ah er hat dich schon geschmissen ok alter lauf ich kann mich die die Viecher sind zu schnell für mich schicke einen Adler rein da hat auch irgendetwas Orbitalding auf mich eingesetzt ja nehm ich dem übel jaa nehm ich dem übel kannst du mal verbrennen jetzt alter ich werde nur durch Explosionen hier weg gehauen jaa alter ich bin hier ein bisschen umzingelt ja der Laser der Regel grad ordentlich alter spritz dich ich komm in die Spritzen ich bin tot Verstärkung wäre da nicht so viel gehabt um mich zu verteidigen die Demokratie ist gelangt einer wird schon wieder angezündet hol dein Börsergeschütz eben na ich hole auch Granatwerfer oh Gott hier kommt Deckel komm hier hoch bitte ja passt doch ich weiß nicht wer sein Geschütz hier hingestellt aber das steht hier ja auch unglücklich oh Gott ok der ist tot von mir aus können wir Extracten wir haben sieben Proben jo 8 Proben ok nice doch sehr schön da habe ich direkt zu Beginn gekillt da könnte ich kotzen und beim zweiten Mal durch Verbrennung gestorben ne ja alter ja kannst du machen nix passiert einfach na guck da haben wir 4 Minuten ging das boah das ist ja noch nicht mal lange ne das war sogar ziemlich flott das würde ich auch mal sagen sehr schön level up oh gerade so 9 EP zu viel mhm zu viel ja das du ja 9 EP zu viel oder XP mhm ja nächst mission ja direkt so hinterher ja oh Gott wollen die lieven oder was machen die keine ahnung wir schon zum helpt äh machen erstmal die eierkacke ja der eine hat gelieft ok ok sehr schön wird gesagt wir starten hier oben ja ja so jetzt ist aber ein bisschen mehr auf dem Schlachtfeld Streubombe du nimmst Rockstar und sowas noch mit ne ja ähm und Schienenkanone ja das hier so ne und dann oder soll ich nur abhaben ist auch egal warte du nimmst ja beide Waffen mit dann brauche ich ja kann ich ja noch was mitnehmen dann nehme ich nur abhaben auch noch mit aber dann habe ich drei Flieger ich sollte noch was anderes mitnehmen dafür lädst du die alle auf einmal wieder auf ne wenn du die einmal nachfüllen schickst ja aber ich kann ja ok passt schon ja aber es ist eigentlich auch dumm weil dann habe ich zwei Minuten gar nichts ja was denn zwei Minuten voll die lange Zeit alter ich habe auch nur die Schienenkanone und Dings mit ich habe in dem Sinne nur eine Sache mit ja das stimmt ich trinke eben schnell was übelst du es ja wir fliegen erstmal ein Stück aber wir sind zu viert übrigens ja ich habe Standbild naja kommt gleich weil einer noch nicht fertig ist glaube ich war vor dir fertig mit aussuchen achso ok der vierte ja aber war auch noch so ein bisschen erled und lädt so langsam sollten wir mal unten aufschlagen ja wäre nicht schlecht ne mhm also ja Leute never ending story gut dass das Ding kein Sprit braucht ey ja es fällt ja einfach nur wenn einmal geschossen dann fällt es einfach nur noch wir kommen ja auch irgendwie gar nicht näher ne ne die im Hintergrund die überholen uns alle ich sehe im Hintergrund gar nichts was uns überholt ach doch da hinten jetzt ja aber wir sind mehrere die überholen uns alle und jetzt nur einer wie lange dauert denn das jetzt hier oh ich weiß nicht 5 Minuten ja bestimmt warten wir mal dann kann ich auch noch einen Schluck trinken hallo so also ich hätte ja jetzt gesagt ich kann mir einen Snickers nehmen aber ich habe keinen Snickers hier ne aber was mit Kinderschokolade das geht auch ne ich weiß nicht ob das geht das ist nicht die neue Herren Schokolade Rosettio Rosettio naja also das das dauert mir gerade sehr lange hier Rosettobor ja weiß was jetzt schön wäre wenn man vorspulen könnte ja wir warten schneller ja wir warten schneller mhm Junge hallo oh Sound ist weg ja bei mir auch ok aber das war es doch schon ja nur noch Musik ja hm und nun im Waden ne gefällt mir nicht na komm schon da komm schon da komm schon ja vielleicht geht's jetzt an oh ja sag ich beide geliebt nicht auf dem Felsen landen zu spät ich mach direkt einen Atemladung schlag drauf geh doch mal weg von dem Pils ja mach sag's hier nur hier oben ist ein dicker der Maschinen schlag drauf pass auf na der Typ ist tot bei mir oh oh 21 komm der jetzt hier weg will das ja nicht angezeigt mir finde ich einen Kill angezeigt ich bin ja auch erst auf drei Kills angezeigt und gespolt ich gucke ich sehe nicht einen kill ich dachte den wolltest du weg machen ich hab grad nen dicken weg gemacht dann hau ich den weg spare deine Muni ja für die Fliegeldinge aber nicht die will ich weg haben ja oh Gott ich schieß mit Granatwerfer brauchst du nur einmal anschließen mit der Knarre die verbrennen die richtig schnell ok ok markiere Karte noch westlich 100 Meter kurz hinter uns gucken ob da irgendwo dann war das schon beim Pilz ob da noch Sporen äh Dinger sind ich guck da mal nach Proben da wird bestimmt Proben sein so habe ich den Nebenquests fertig gemacht ja na hier ist einer äh Orangene sogar hier ist noch einer da oben ist nix ok zwei Stück auf jeden Fall wieso haben wir 18 Leben zu dritt keine Ahnung brauche Hilfe Toni helf mir bitte ja Streubombe oh ne oh jetzt rennt er da weg jetzt rennt er noch in meine Richtung nur noch zwei Magazine nicht gut dann kannst du gleich Nachschub anfeuern äh anfeuern anfeuern na kann man mal anfeuern ne oh er flambusert mich auch fast der ist down war ne der ist doch ist down ok ja mal ein paar Probe du Muni findest darin Bescheid nix eine weitere Probe mit dem demokratischen Gitter diese Probe wird uns im Krieg weiterbringen nein ich bin in der Map verpackt oh no komm nicht mehr weg mal so proben ne ich glaub nicht soll ich mir die Granate abschmeißen schmeiß Granate auf dich komm gucken was passiert oh die ist abgeprallt ok nochmal entdecken kannst du gucken ob du was von mir aufheben kannst kannst du selber gucken ja eigentlich will ich da ungern wieder rein ah maß hat schon ich gucke hier hinten noch hinter der Wand ob ich noch Proben lagen schade kann meine ganzen Sachen nicht mitnehmen war scheiße okay noch eine Probe oh hier ist noch ein Buch durchs Bruch hier ist ein Nest kommt keiner mehr raus noch eine Probe noch mehr Proben soll die Eier zerstören ne ja auch weg ah guck mal der ganze Boden ist auch hier bei mir verpackt ok da kommt echt nicht an meine Sachen dran ist einfach ein Witz nice ja scheiße da ist nicht gut ey dann musst du den zweiten Sprung für dich anteuern dann krieg ich vielleicht einen dritten und wenn nicht dann nicht ja kann es halt nichts verändern passiert sowas ich dachte da hat mal einen Proben angezeigt ich brauche hier helfe beim Nest Tony oh ja ich positioniere PIN nordästlich 100 Meter bin jetzt auf dem Weg weil ich glaube hier werden überall noch Proben liegen wo ich hier bin wir sind halt noch Orte du bist orange ne ja markiere Karte westlich 200 Meter das Netz aber platt hier ist ja bei mir könnte tot sein ne ist noch nicht tot jetzt ist tot da unten wo wir gerade waren da waren auch noch Gebäude na also ich weiß nicht ob wir noch ich denke mal da werden noch Proben sein hier ist auch noch was da waren wir hier gerade eben schon diese Hilfe wäre nicht schlecht na die waren wir gerade eben schon glaube ich Toni? na ja laufen wir auch nicht zu na das ist witzig die stehen genau da im Weg da habe ich aber keine Ausdauer mehr jetzt machen die genau das worauf ich keinen Bock habe ich schicke mein Ding im zum auffüllen kommt gleich noch ein Pirscher ja ja hinter mir schon mach aber gleich tot sein vielleicht I hope so ja aber ne der dick hat es nicht hat es noch überlebt der jetzt ja noch sterben so das war das TV oh Gott volles Rohr gegen die Playstation getreten aber richtiges volles Rohr schicke einen Adler rein mhm nix gut warum küsst du dagegen mhm alter der Typ hat mich eliminiert Verstärkung neun Proben dabei oder wat ja haben wir noch 15 Leben ist also easy ja trotzdem halt halt nur wegen ihm jetzt hier da ja 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 halte ich mal bitte aber der hat weniger magaziner ja ich komm da hinten zentimeter zu wenig gedreht was kommt jetzt alles bei mir an und wo ich gerade hier im kräftigen so war der andere oder ist ein dicker ich hau weg muss ich echt noch mit dem granatwerfer nachballern halt ich raste aus manchmal schlimm wenn du nachschub brauchst du mal nachschub bitte ich kann was gebrauchen geht nicht hat der eine gerade erst geholt für drei sekunden vorlass mal hier bei uns ich mache kannst du da auf den 20 sekunden geht doch was war das kanalwerfer kannst du deine waffe organisieren wieder eine waffe habe ich für mich ja erstmal schick mal adler weg zwei minuten so ein bisschen gas geben jetzt da links sind noch proben hier bei mir muss jetzt eine probe sein oder nicht bei mir sind welche ach so da bin ich okay vorne her auf den falschen punkt geguckt komme ich nicht einmal so rüber scheiße aber ich glaube diesen das ist ein anderer berg ist kein später spieler noch kommt alter er hat mich schon wieder eliminiert was machst du denn toni ich habe hier ein 10er nesten ich wollte nesten ich habe da eine granate reingeschmissen und er eliminiert mich weil er irgendwas anderes draufhaut er holt mich nicht wieder mal jetzt so ein dussel er habe ich jetzt zweimal umgebracht der andere hat mich der wohl falscher ort mein gott kannst du im klettern hier du gekackt gestalt also wie kann man so nerven du dreck spiel so jetzt sind die nester weg mein gott wie oft kriege ich denn noch scheiße von denen ich kann nicht mehr guck dir das mal hier an auch nicht schlechter was ist das hier gibt es hier noch was nähe ist ein hellleuchtendes auto und der shit hat mir direkt vor die nase ein raketengeschutz gesetzt weiter mit dem flammer fahrer den einen aber richtig runter gerieselt ja flammer fahrer ist auch nicht schlecht ich hoffe der war drin er hat noch einen rucksack und sowas naja da gehe ich jetzt aber nicht in das glaube ich deine verpackte stelle ein krieg dich bei mir ist noch ein bunker ganz schlecht oh mein gott da kommt doch noch ein packen ist hinter mir willst du mich komplett verarschen jetzt noch mal zum ende oder was ich habe ja angekoppelt warum machst du das das konnte das war ja gar nicht mehr alter ich wurde schon wieder doch noch nicht die bomben sogar vom anderen ab also mal kokel kannst du deine sachen wieder anfordern kann es machen danke irgendwer noch ein ding mit einem diamanten auf der anderen seite am besten ich gehe da noch mal hin ich gehe das abschnecken mit den dingern ja oder ist noch mehr sogar 100 meter positioniere westlich 100 meter vorräte kommt schon ein treff das sieht gut aus oder sieht nicht gut aus und das hier besser markiere position ohne brauchen ganz dringend hilfe ist gerade nicht ganz drin also von mir zumindest gerade nicht wenn du ein bisschen weit weg und erinnert mir hinterher wie oft soll ich noch laden drücken ach so sind zwei von den ganz großen hier ist ja noch besser kucke ich auch noch an war die leute wir dort nicht kletter sind nur zwei von den wie heißen die von den europäischen die ganz groß kletter doch jetzt fällt er darunter wie wenig schauen wird noch machen jetzt geht er hoch doch schon wir benötigen ein geschenk die materie wäre das brauche ich nicht jetzt noch entspannter toni bei mir ist entspannt ja jetzt werde ich sterben vielleicht ist nicht ganz entspannt ich habe das gefühl hast auch zwei säure titan ich bin nach rechts gesprungen warum rennt er noch über mich drüber alter wer hat mich dann eliminiert einschlag oder so weit außerhalb der map ich war im spielbereich konfass auf den dicken landen die demokratie ist ganz weit von den sachen weg das gefühl habe ich auch da muss er wieder hin p1 ist da auf dem weg hin ich habe das kopf jetzt hau den dicken weg endlich das weil sie des todes wer hat mich hier angezündet ich habe bist du neuerdings bin ich jetzt schwarz keine ahnung neuerdings schwarz er hat doch noch monierung aber nicht die art von mani ok so auf und auf und auf vorne wenn sie jetzt zurück ok was nehmen wir denn da er wird die luftunterstützung angriff im gang markiere karte südlich 100 meter das hat gepasst leider nicht für alles so jetzt habe ich meine proben wieder hier müssen auch noch proben liegen what the fuck hier drin war kannst du sprinten ok hier ist nichts ob sie mit weg wo ich das weiß ich nicht könnte sein naja hier ist nichts ok geradeaus auch nichts auch nichts ok endlich alle anderen als würde ich wissen ob sie ich habe einen mit ihm ich hoffe zur evakuierung Toni ja Proben sehen ja soweit gut aus haben wir dann 26, 24 ja ok die 4 haben uns zumindest auf das ist ok keine diamanten mehr da oben wird nichts mehr angezeigt das ist gut kommt von der anderen Seite was gar nichts war wenn die einfach nur drauf halten schwein groß von der Demokratie nur das noch so ein Säure-Titan ist noch überhaupt cool warum müssen die Zone oben links denn noch rot bei den Eiern ist da noch irgendwo ein Nest gewesen keine Ahnung äh wo ist schon hab ich gar nicht 15 Sekunden Toni schwein 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 ich bin auch drin macht er da jetzt noch dass jeder das machen muss ja aber das haben wir geschafft war gar nicht mehr so schlecht nee die erste Runde war schlimmer mit den ganzen Töten und doch alles ich dachte wir hätten Ness vergessen wo es um links ja noch so rot war kann sein dass er noch ein extra Ding war irgendwie und auch noch proben werden und so ja aber gut überragter Patriarchismus und 10 nee 8 Dinger nur doch was vergessen nee die 10 kriegen wir erst bei der dritten Mission du Otto ja ja super guck mal dann haben wir geschafft paar Proben dabei und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Folge wir sagen danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal lass gerne ein Like da haut rein und ciao ciao tschüss 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 tschüss